Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video bei mir, Carson13. Heute spielen wir den Brawl Stars Aufzug und ich würde sagen, wir nehmen mal direkt hier Mortis. Wir spielen heute den Brawl Stars Aufzug und wir gehen schon mal rein. Oh, okay, los geht's. Okay, wir sind hier beim ersten Aufzug und... Ah, ich weiß, was das sein soll. Das soll die Brawl Ball Map sein. Nur leider kann ich hier mit Mortis keine guten Effekte machen, ja. Naja, die Brawl Ball Map ist hier schon mal... Ich weiß nicht, Leute, falls ihr neu seid, würde es mich mega freuen, falls ihr ein Abo dalassen würdet. Kann man hier auch campen im Busch? Kann man hier auch... LOL, man kann einfach hier campen im Busch. Alter, wie krass. Was geht? Die hat einfach hier keinen Brawler genommen, irrenlos. Hä, man kann einfach campen im Busch. Let's go. Campen. Oh, wir sind wieder zurück. Okay, nice. Nächste Etage. Okay, Leute. Nächste Etage. Ich bin gespannt und... Wow! Da ist so ein Typ mit so einer Brawl Stars Kleidung. Oh nein. Was macht der? Ich hab das Gefühl, er wird nichts Gutes machen. Äh, oder? Hä, was passiert jetzt? Ich hab Sounds aus. Weil sonst... Oh, was? Er hat ihn getötet und wir sind hier einfach in der Showdown Map drin. Äh, ich hab Sounds aus, weil das Video einmal schon Copyright geclaimt wurde. Deswegen... Ich hab auch, ähm, die Musik ausgenommen. Das nehme ich im Hinter, ähm, später auf den Sound. Sonst würde das Video auch um 17 Uhr kommen, Leute. So, nächster Floor. Oh! Ne Brawl Box, Ente und Mülleimer. Oh nein. Oh, oh! Nein! Nein! Ich komm hier nicht mehr raus. Oh nein, ich kann nix mehr machen. Ich kann nicht mehr springen. Oh nein. Oh nein, wieso? Wieso? Kann ich hier... Hä? Ach, komm schon. Wann verschwindet das endlich? Wann verschwindet... Ah, jetzt endlich. Okay, nächster Floor. Okay, der nächste Floor. Bin gespannt, was es sein wird. Und... Oh, das ist eine Shelly. Okay, komisch, dass da einfach nur eine Shelly rumsteht. Ist natürlich, äh, sehr, sehr... Oh! Was? Ähm... Ähm... Das war es mal wieder komplett. Das war es mal wieder wirklich komplett. Ja. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Etage. Okay, Leute, die nächste Etage. Und was wird es? LOL! Brawl Stars Logos, die einfach regnen. Hä? Kann man eins aufsammeln, oder was? Hä? Warten. Oha, Brawl Stars Logos, die, äh, regnen. Hä? Da spawnt eins! Da spawnt eins! Nein! Er hat das gekriegt. Äh, ich muss eins kriegen unbedingt. Hier muss doch eins spawnen gleich, oder? Was? Hier muss doch eins spawnen gleich. Hä? Nein! Ich krieg kein Brawl Stars Logo. Nein! Als ob. Nein! Ich hab kein Brawl Stars Logo gekriegt. Oh, nein! Okay, Leute, nächste Etage. Wir sind hier auch in der nächsten Etage. Ich bin gespannt, was hier kommen wird. Was hier... Was kommt hier? Oh, ein Poco! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Er saugt uns ein. Oh, nein. Nein, der Poco saugt mich ein. Nein! Oh, mein Gott. Was? Der Poco hat mich eingesaugt. Leute, aber das waren alle Etagen, denn es gab keine mehr. Leider hat der User hier nicht mehr gemacht. Ich würd sagen, das war's mit dem Video. War ein bisschen kürzer. Ich hab's auch kürzer gemacht. Wegen Copyright und so, ne? Deswegen, Leute, aber für den Daily Content hier noch ein Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!